Betriebssysteme, die auf Arch basieren, gibt es wie Sand am Meer. Und ich habe jetzt wieder ein neues gefunden, nämlich dieses Schmuckstück hier mit dem Namen LIA. Ob es sich lohnt, dieses Betriebssystem zu installieren und zu nutzen, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachtmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und ich habe heute ein Betriebssystem gefunden mit dem Namen LIA. LIA ist ein Betriebssystem basiert auf Arch, das heißt es ist ein durchweg rollendes System. Es wird, zumindest laut DistroWatch, mit dem Cinnamon Desktop ausgeliefert und der Entwickler ist ein junger Mann namens Sahed Mohamed Hisham. Über diesen Entwickler konnte ich leider nicht allzu viel herausfinden, deswegen weiß ich auch nicht, ob er vielleicht noch mehrere Projekte hat. Zumindest geht es hier auf die Webseite lialinux.gitlab.io und da sehen wir hier eine wunderschöne Präsentationsseite, wo wir dann sehen, was denn das LIA-Betriebssystem so alles kann. Hier haben wir dann noch ein paar Bilder und Reviews gibt es auch und hier sind wir auch schon beim Download. Ja, dann gehen wir einfach auf die SourceForge-Seite, dort befindet sich denn die ISO zum Herunterladen. Ich habe das Ganze allerdings schon runtergeladen und bereits schon auf meinen Ventoy-Stick kopiert, denn ich installiere LIA jetzt auf echter Hardware. So, da schalten wir auch gleich mal hin. So, hier sind wir jetzt direkt auf dem Ventoy-Stick und hier sehe ich auch schon LIA Version 7.1. Und dann gehen wir direkt drauf und starten direkt von der Maschine. Man konnte es jetzt vielleicht nicht hören, aber witzigerweise kam da jetzt ein Ton, der daran erinnert, wenn Super Mario gerade ein Geldstück eingesammelt hat. So klang das jetzt. So, wir machen Boot with Intel AMD, denn ich habe eine Onboard-Intel-Grafikkarte drin. Wenn du eine NVIDIA-Grafikkarte hast, kannst du hier direkt mit den Nouveau-Treibern laden. So, wir bleiben Integrated GPU. So, ein schönes Logo zum Starten gibt es auch. Sehr tolle Idee. Finde ich immer sehr, sehr gut. Und erinnert sogar so ein bisschen an den Windows 10 Loader sozusagen, weil da ist ja auch diese Kringel, der da so komisch kreiselt. So, jetzt sind wir hier auf der Live-Umgebung und wir werden hier aufmerksam gemacht auf den Emoji-Picker, der hier mit vorinstalliert ist. Und der gibt uns hier ein paar Tipps und Tricks, den können wir uns aber nachher anschauen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den hier irgendwie wegkriege. Machen wir hier. Close. So, aber so, der erste Eindruck ist schon mal super. Dann können wir hier direkt auf Install-System gehen und dann öffnet sich der Calamares-Installer. Den schalten wir gleich auf Deutsch und warten, bis er hier geladen ist. Sehr gut. Dann einmal weiter. So, Berlin hat er erkannt. Weiter. Deutschland hat er erkannt oder deutsche Tastatur hat er erkannt. Sehr gut. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das Betriebssystem entweder parallel irgendwo dazu zu installieren oder eben die Festplatte vollständig zu löschen. Hier ist zweimal Voyager drauf. Das findest du auf dem letzten Video. Hier ist ganz wichtig, die richtige Festplatte auszuwählen. Und ich sage einfach Festplatte löschen. Und ich möchte ein Swap haben. Und ja, ButterFS klingt super. Dann machen wir einmal weiter. Und können jetzt hier unsere User-Daten eingeben. Einmal Typ. Das kann alles so bleiben. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer. Typ. So, alles andere kann so bleiben. Dann einmal weiter. So, hier nochmal eine Zusammenfassung. Und dann einfach auf Installieren. Jawohl. So, vielen Dank für die Installation von Lea. Der Rest der Installation läuft automatisch. Setz dich zurück, bis die Arbeit getan ist. Die Installation kann irgendwo zwischen 15 Minuten und einer Stunde dauern. So, die Installation ist jetzt durch. Und jetzt klicken wir hier auf Neustarten. Und starten einmal neu. Okay. So, hier haben wir ein sehr schönes Grub-Boot-Menü. Hier wird Lea Linux gleich oben angezeigt. Und auch mein Datensicherungs-Server, mein Debian, wird hier ebenfalls erkannt. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann kann ich nämlich von hier aus auch drauf zugreifen. Doch, wir starten jetzt einmal Lea Linux. So, oben links können wir jetzt schon sehen, Linux Zen-Kernel ist hier standardgemäß installiert. Sehr, sehr interessant. Und hier haben wir einen wunderschönen Login-Bildschirm. Da einmal das Passwort rein. Und schon sind wir drin. Das Hintergrundbild, was wir jetzt gesehen haben, das erinnert doch sehr an GNOME. So, hier haben wir jetzt nochmal den Emoji-Picker. Und hier steht, dass Emote runs in the background. Also es läuft im Hintergrund. Und man kann den Emoji-Picker entsprechend starten. Entweder durch eine Tastenkombination oder eben indem man das App-Icon klickt. Gut. Und wenn man ein Emoji braucht, kann man den einfach hier draufklicken. Und dann verschwindet das Fenster auch. Und dieser Emoji ist jetzt quasi in der Zwischenablage. Mal schauen, ob wir das in einem Terminal einpflegen können. Jawohl, das hat geklappt. Ich kann einfach mal größer machen. So, ja, hier habe ich jetzt das Emoji, was ich gerade kopiert habe, direkt in das Terminal eingefügt. Sehr schön. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal uname-a einfach machen. A bedeutet einfach All. Da werden alle Informationen zum Linux-Kloner angezeigt. Und hier sehen wir die Version. Wir machen dann doch mal ein bisschen nur die Release-Version. Jawohl, hier sehen wir, ist also die 6.3 der Zen-Kernel ist hier installiert. Also nicht der Standard-Kernel, sondern der Zen-Kernel. Der ist ein bisschen leistungsstärker wohl und besser für Spiele geeignet. So, welche Shell haben wir hier installiert? Das sieht mir ganz nach ZSH aus. Könnte aber auch eine Fish-Shell sein. Wir schauen einfach mit Witch und dann Shell einfach eingeben. Und da sehen wir auch ZSH. Da ist also die Se-Shell. Sehr gut. Dann können wir hier auch schon wieder zumachen. Mehr brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Sondern ich möchte mich jetzt hier ein kleines bisschen umschauen, was wir hier so haben. Hier ganz unten sehen wir den U-Launcher. So, mit Steuerung und Leertaste kann ich diesen U-Launcher öffnen. Das probieren wir gleich mal. Steuerung Leer. Aha, da finde ich dann hier. Und dann kann ich zum Beispiel den Brave-Browser öffnen, indem ich einfach nur Brave eingebe. Und schon habe ich hier den Brave-Browser. Und damit ich nicht mit der Maus arbeiten muss unbedingt, kann ich zum Beispiel entweder mit den Pfeiltasten hoch oder runter. Wenn ich jetzt dann statt auf den Brave-Browser zum Beispiel auf die Systemüberwachung möchte, kann ich stattdessen auch einfach Alt 5 dann drücken. Und dann öffnet sich der System, die Systemüberwachung, quasi sowas wie der Task-Manager. Ist also sehr, sehr cool und intuitiv. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber man kann ganz schnell einen sehr, sehr fixen Workflow sich entwickeln mit dem U-Launcher. So, der Brave-Browser, den haben wir jetzt hier gerade gesehen. Der ist standardgemäß installiert. Nemo ist dann hier der Dateimanager hier für den Cinnamon-Desktop. Das ist übrigens der Cinnamon-Desktop. Sehr, sehr schickes Arc-Dark-Design. Das kenne ich und das liebe ich auch. Und dann gucken wir mal, was hier unten noch so abgeht. Das ist ein schönes Cinnamon-Menü. So ähnlich, wie man das zum Beispiel bei Linux Mint auch kennt. So, als Office-Anwendung ist hier OnlyOffice installiert. Also nicht etwa LibreOffice, wie man das sonst vielleicht gewohnt ist, sondern OnlyOffice. Das ist eine sehr, sehr schöne Alternative. Unter Grafik finden wir ein Bildbetrachtungsprogramm und ein kleines Zeichenprogramm namens MyPaint. Mehr ist nicht drauf. Dann gibt es hier in der Kategorie Internet, haben wir einmal den Brave-Browser. Dann Deluge, das ist ein BitTorrent-Client. Giri, der E-Mail-Software und ProtonVPN ist hier ebenfalls vorinstalliert. YouGet ist ein Download-Programm. Gut, ProtonVPN scheint sich hier irgendwie nicht zu öffnen. Sei es drum, dann machen wir mal weiter. Es geht hier weiter mit Multimedia. Wir haben hier den Exile-Player, ganz normal Medienwiedergabe. Und ja, das war es im Prinzip auch schon. Mehr nicht unter Sonstiges finden wir nur einen Link zum LIA-Forum. Den finden wir hier auch auf dem Desktop. Spiele haben wir zwei, einmal Robots und Schach. So, unter Zubehör finden wir im Prinzip die üblichen Verdächtigen, die vor allem auch bei Cinnamon mit vorinstalliert sind, wie zum Beispiel halt ganz normalen Dokumentbetrachter, nochmal Laufwerke der Dateiverwaltung Nemo. Redshift ist mit vorinstalliert. Redshift ist ziemlich gut, denn sobald es draußen dunkler wird und man Redshift aktiv hat, dann wird dem Bildschirm automatisch der Blauton etwas entzogen. Und das ist dann auch am Abend, wenn es dunkel draußen ist, sehr viel angenehmer für die Augen. So, und Taschenrechner und Textverarbeitungsprogramm natürlich auch mit dabei. So, dann gibt es noch die Einstellungen. Da gibt es dann auch die regulären Einstellungen, die man so hat, wie zum Beispiel Firewall-Konfiguration und die Systemeinstellung. Und bei der Systemverwaltung können wir dann auch zum Beispiel neue Benutzer anlegen. Bleachbit ist ebenfalls mit drauf. Hier mit Bleachbit kann ich dann zum Beispiel Datenmüll beseitigen, um das System wieder ein wenig aufzuräumen und schneller zu machen. So, wenn ich mir noch ein paar Hintergrundbilder hier anschauen möchte, da gibt es dann diverse Hintergrundbilder, die ich hier nutzen kann. Sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen mit dabei. Unter anderem auch hier Focus, darauf was wichtig ist. So, dann diverse noch Naturbilder, sehr schön. Never give up, gib niemals auf. Also ein paar Motivationssprüche noch und ja, noch diverse andere wirklich wunderschöne Bilder. Das sieht für mich hier sehr, sehr schick aus. Finde ich sehr, sehr cool mit diesem Gemälde, mit dieser Zeichnung. Wir bleiben jetzt aber, wir nehmen jetzt mal Blue Shining. Das finde ich auch sehr, sehr schick und passt auch wunderbar zu diesem Dark Theme. So, wenn ich Software installieren und deinstallieren möchte, dann gehe ich hier einfach in die Systemverwaltung und dann gibt es hier Software hinzufügen, entfernen. Und dann öffnet sich hier dieses Programmchen und dieses Programmchen lautet PAMAC. PAMAC ist im Prinzip die grafische Oberfläche für Pac-Man und hier kann ich dann auch entsprechend Sachen einfach mal durchschauen und eben auch Aktualisierungen durchführen. So, und da sind eine Menge verfügbar, die werden wir jetzt erstmal noch nicht durchführen. So, hier oben komme ich dann auch zum Beispiel in die Einstellungen rein und hier kann ich automatisch auf Updates überprüfen auch gehen. Parallele Downloads kann man hier einstellen. Das ist immer sehr zu empfehlen, dann je nachdem, wie schnell die eigene Internetverbindung ist, kann man hier ruhig die parallelen Downloads dann durchaus ein bisschen erhöhen, damit dann die Pakete dann schneller heruntergeladen werden. Das ist so ein bisschen einzigartig bei Arch, weil das gibt es, glaube ich, in der Form jetzt bei Debian-basierten Betriebssystemen oder Ubuntu-basierten Betriebssystemen nicht so. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Da ist man dann darauf angewiesen, immer zu warten, dass ein Paket nach dem anderen heruntergeladen wird. So, hier kann man dann noch diverse andere Sachen noch einstellen. Unter anderem gibt es hier die AUR-Unterstützung, also die Unterstützung des Arch-User-Repositories. Und das kann man hier einschalten. So werden dann auch AUR-Pakete mit angezeigt. So, da wir hier ein Arch-basiertes Betriebssystem haben, wollen wir mal schauen, ob wir das Arch-Linux-Tweak-Tool hier installiert kriegen. So, jawohl, das Arch-Linux-Tweak-Tool ist hier, dann werden wir das Ganze mal herunterladen. Einmal übernehmen und einmal übernehmen. Dann das Passwort rein. Und dann können wir mal schauen, ob wir das hier geöffnet kriegen. So. Passwort rein. Und hier öffnet sich jetzt das Arch-Linux-Tweak-Tool. Denn das möchte ich mal kurz auch zeigen, was dieses Tweak-Tool alles kann. Mit diesem Tweak-Tool kann ich mein Arch-Betriebssystem, und zwar ganz gleich, welches Betriebssystem das ist, welches auf Arch basiert, kann ich hierüber quasi verwalten. Und das ist richtig cool. Ich kann hier neue Themes direkt runterladen. Ich kann auch, wenn mir zum Beispiel ein spezieller Desktop hier nicht gefällt, mir einfach einen anderen Desktop herunterladen. Und aktuell haben wir den Cinnamon-Desktop drin. Aber ich kann mir zum Beispiel eben auch einen Fenstermanager oder eben eine andere Desktop-Umgebung einfach nachinstallieren. So, hier rüber, über Fixes, kann ich dann zum Beispiel Keyring-Probleme lösen oder auch den schnellsten Mirror einfach anzeigen lassen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich kann auch den Grub-Bootloader entsprechend konfigurieren. Dazu benötige ich allerdings das Grub-Theme-V-Mix, damit das Ganze hier miteinander mitspielt. So, was haben wir installiert? Ja, LightDM ist installiert. Das hat er auch erkannt. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch das Theme entsprechend anpassen für den Login-Bildschirm. Wenn ich jetzt zum Beispiel LightAzul, ich glaube, wir haben jetzt DarkAzul, genau. DarkAzul, wir machen mal LightAzul. Und dann sage ich einfach Apply. Hier steht jetzt Fill in all the Fields. So, genau. Einmal Apply Settings. Und dann können wir mal einmal kurz raus. Einfach mal ausloggen. Benutzer abmelden. So, und schon haben wir hier das LightTheme drin. Ja, so kann ich dann recht zügig und einfach das Theme ändern. Klar, das macht jetzt hier wenig Sinn, so ein heller Hintergrund und ein helles Theme zu verwenden. Das sollte aber nur ein Beispiel sein. So, jetzt machen wir das nochmal auf. So, hier wird gefragt, ob man die Log-Datei löschen möchte. Jawohl. Einmal löschen, damit ich Tweak Tool jetzt öffnen kann, weil ich habe es eben nicht richtig beendet. Und dann können wir es nochmal starten. Sehr gut. So, sehr interessant finde ich zum Beispiel auch dann Parmak und die Mirrors. Denn hier kann ich dann auch schauen, welche Mirrors ich hier installiert haben möchte. Ich kann zum Beispiel das Nemesis Repository von Eric Dubois mit installieren. Ich kann auch die Endeavor OS Repositories mit installieren oder eben auch hier die Chaotix Repository. Die sind allerdings schon installiert und deswegen brauche ich das nicht mehr. Das kann man auch sehen, wenn man hier im Terminal einfach mal ein bisschen größer macht und dann gebe ich einfach sudo pacman-sy einfach ein. Und dann sehe ich hier, gibt es tatsächlich noch ein Repository namens Kaviar. Also es gibt das Chaotic AUR und Kaviar. Nehmen wir mal an, bei Kaviar werden dann auch nochmal einige Programme sein, die man noch nachinstallieren kann oder sogar einfach Designs oder Icons. So, aber ein Programm möchte ich mal bitte noch installieren. Und zwar ist das der Software Installer Remover, ebenfalls von Eric Dubois. Und dazu benötige ich dann aber die Arco Linux Mirrors und die Arco Linux Keys. So, und die werden wir jetzt mal installieren. So, und um diesen Software Installer Remover zu installieren, benötigen wir erstmal die Arco Linux Mirror List und die Arco Linux Key Rings. So, die finde ich hier auf der GitHub-Seite von Eric Dubois. Da gibt es hier das Arco Linux Nemesis Repository. Da kann man einmal drauf gehen. Und da gibt es hier die Arco Linux Keys for Anything Arch Linux Based. Und das wollen wir einmal haben. Und da klicke ich hier einfach, kopiere ich im Prinzip hier einfach diese Code-Zeile und füge das Ganze hier ein. Und füge das Ganze einmal aus. Passwort rein. So, jetzt sind auch die Arco Linux Repositories direkt hinzugefügt worden. Das müssten drei Stück sein. Hier sind sogar vier Stück, aber ich glaube, der Testing ist nicht aktiviert. Standardgemäß, genau. Da sieht man, hier sind auch die Raute davor. So, das heißt, wenn ich jetzt eingebe, sudo pacman-syy zum Beispiel, dann sehe ich hier, habe ich jetzt hier noch die Arco Linux Repos mit dazu. So, warum sind die wichtig? Weil nur darüber kann ich jetzt dieses Programm im Prinzip installieren. Und zwar sophi-rem. So, hier hat er das im Prinzip schon gefunden. Also, sudo pacman-s, sophi-rem. Und dann, ich glaube, minus git. Nur sophi-rem reicht, glaube ich, nicht aus. Genau. Dann einmal hier. Dann ist das Ganze einmal installiert. Ja, hier sieht man das aus den Arco Linux Repos kommt das. Und wir schauen uns jetzt sophi-rem mal genauer an. Und wie hilfreich sophi-rem tatsächlich ist. Da ist es auch schon. Passwort rein. So, ist ein ähnlicher Splash-Screen wie das Arco Linux Tweak Tool. Beziehungsweise Arch Linux Tweak Tool heißt das ja jetzt. So, und hier haben wir dann im Prinzip diesen Software Installer Remover. Und der ist richtig cool. Hier sehen wir jetzt links, fangen wir mal an, links sehen wir jetzt hier Kategorien aufgelistet. Verschiedene Kategorien. Einmal direkt zum Beispiel Arco Linux Programme. Dazu zählt zum Beispiel das spezielle Arco Linux Parmark. Das ist dann ein bisschen angepasst auch für Arco Linux Nutzer, auch für das Development. Wobei das Arco Linux Development eher dafür da ist, für die, die an Arco Linux auch selber arbeiten. Die sollten in der Regel dann diese Tools einfach installieren. Zumindest ist das auch das, was Eric Dubois selber gerne nutzt. Wie zum Beispiel hier Supply in Text und Melt und Git Ahead, um da seine Projekte zu folgen. Also hat er ein eigenes Repository dafür geschaffen oder eine eigene Kategorie. Und dann kann er das überall immer mal ganz fix nachinstallieren. Ja, und so gibt es hier halt unzählige Kategorien und dann auch Programme. Längst nicht alle, aber so im Prinzip die wichtigsten, die es so, ja, gibt. Auch alles, was Fonts ist, Arthem Terminal Fonts und so weiter. Diverse TTFs. Wichtige Fonts, die man dann eben so braucht. Auch in Webseitenbildung oder auch in der Programmierung. Ja, Open Sans zum Beispiel ist mit dabei. Gaming sind einige sehr, sehr coole, wichtige Open Source Spiele mit dabei. Ich finde zum Beispiel SuperTux und SuperTux Card natürlich darf nicht fehlen. Ja, dann haben wir hier noch diverse Grafik Sachen, wie zum Beispiel Gimp ist hier mit dabei. Und Krita Blender kann man hier rüber ziemlich schnell installieren und deinstallieren. So, Brave Firefox. Ich musste jetzt Firefox mal nachinstallieren, weil sich Brave bei mir irgendwie nicht geöffnet hat. Also können wir Brave im Prinzip auch entfernen. Dazu mache ich hier den Haken einfach raus. Und jetzt ist Brave eigentlich auch weg. Wenn ich jetzt hier auf Internet gehe, ne, ich habe jetzt hier nur den Haken abgemacht und ich gehe jetzt hier auf Internet. Jetzt finde ich hier den Brave Browser nicht mehr. Hier unten ist das Kürzel zu Brave noch da. Das kann ich jetzt aber von der Leiste lösen. Das brauche ich nicht mehr. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel einen anderen Browser noch zusätzlich haben möchte, wie zum Beispiel den Chromium Web Browser, dann kann ich dann hier einfach auf Chromium klicken. So, dann ist das hier noch so ein bisschen dunkel hinterlegt und gleich leuchtet das Ganze dann auf. Also dann ist das so genau so ein helles Blau wie hier beim Firefox. Und dann ist der Chromium Web Browser auch installiert. Das geht wirklich unfassbar schnell und einfach vor allem. So, dann gibt es noch diese Oberkategorie. In der Kategorie Internet gibt es dann hier zum Beispiel noch diese oberen Kategorien, wie zum Beispiel auch die Downloaders. Deluge haben wir vorhin schon gesehen. Der BitTorrent Client ist bereits vorinstalliert. So, bei Cloud Software finden wir dann zum Beispiel auch Megasync. Wer Megasync noch nutzt oder auch den Nextcloud Client. Den kann man hier nachinstallieren. Dann diverse Mail Clients. Das Geary ist bereits vorinstalliert. Das hat SoFiRAM bereits erkannt. Aber man kann zum Beispiel auch Thunderbird nachinstallieren, wenn man das braucht. Und hier gibt es dann noch MalWatt VPN und NordVPN. Das sind diese drei NordPass und NordVPN. Kann man dann hier direkt nachinstallieren. So, ist der Browser jetzt fertig. Jawohl, jetzt ist diese blaue Farbe auch hell. Das heißt, wenn ich jetzt hier unter Internet schaue, sehe ich, ist der Chromium Browser bereits installiert. So, auf diese Art und Weise kann ich diverse Login Manager noch nachinstallieren. Auch Office Programme, wenn ich es dann haben will. Only Office hat er bereits erkannt. Und auch den X Reader hat er erkannt. Ich kann hier aber direkt noch diverse Sachen nachinstallieren. Gnome Terminal ist unser Terminal, was hier vorinstalliert ist. Wenn ich lieber Kitty haben möchte oder sogar Quake zum Beispiel, dieses Dropdown Terminal, dann kann ich das hier ebenfalls nachinstallieren. Also das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. SoFiRAM. Und das kann ich also wirklich empfehlen. Also SoFiRAM und das Arch Linux Tweak Tool. Denn beide sind kompatibel mit so ziemlich jeder Arch Linux Distribution. Also auch jeder Distro, die auf Arch basiert. Dort kann man dann im Prinzip alles, was Einstellungen und Software ist, wirklich super zentral verwalten. Und wer Arch natürlich roh installiert, also quasi direkt ein frisches, originales Arch mit einer eigenen, der kann dann zum Beispiel eine kleine Desktop, einen kleinen Desktop einfach drauf installieren. Dann das Arch Linux Tweak Tool und von dort aus richtig loslegen mit den Desktop Umgebungen oder eben auch Window Managern, die man denn eben so haben möchte. Ist also wirklich richtig cool. So die Links zu den Seiten, wo du mehr Informationen kriegst, auch zu den Arch Linux Mirror Listen, beziehungsweise zu den Keyrings, findest du dann unten noch in der Videobeschreibung. Dann kannst du das auf deiner Arch Installation gleich mal ausprobieren. Selbst wenn du Manjaro hast oder wie gesagt Xero, Linux, Endeavor OS, Reborn OS, alles was auf Arch basiert, kannst du das Tweak Tool nutzen und auch SoFiRAM. Sehr, sehr cooler Helper. So, NeoFetch ist jetzt hier nicht drauf installiert, also machen wir gleich mal Arch Linux Tweak Tool. Ich meine, ich könnte das NeoFetch jetzt auch ganz normal in der Konsole installieren. Wir nehmen jetzt aber das Ganze mal über das Arch Linux Tweak Tool. Denn hier gibt es bereits eine Rubrik namens NeoFetch. Und ich kann hier NeoFetch einmal aktivieren. Dann wird das auch im Hintergrund schon installiert. Und ich kann auch LoLCat aktivieren. Dann wird das schön quietsche bunt. Und hier unter Terminal Fun kann ich dann auch schauen, welches Fetch ich im Prinzip haben möchte. Es gibt ja nicht nur NeoFetch, sondern auch diverse andere HillFetchs, wie man so schön sagt. So, und ja, dann öffne ich jetzt einfach das Terminal. Und et voilà, hat sich das Ganze schon geöffnet. Ja, und passend zum Bright Month in diesem Monat im Juni 2023, wo das Video jetzt hier rauskommt, lassen wir das Ganze jetzt mal hier in diesen wunderschönen bunten Regenbogenfarben. So, also was gibt es zu LIA Linux zu sagen? LIA Linux ist im Prinzip ein ganz normales Arch Linux mit einer Cinnamon Oberfläche, welche bereits mit diverser wichtiger Software schon daherkommt und welches auch sehr, sehr schön dezent auch designt ist und gestaltet ist von der Fensterdekoration her. Finde ich sehr, sehr gut. Grundsätzlich ist LIA nichts Besonderes. Es hat nichts großartig Einzigartiges, was aber nicht grundsätzlich irgendwas Schlechtes sein muss, sondern ganz im Gegenteil, das ist eben das Linux, wie es lebt und lebt. Jeder kann so quasi seine eigene Linux-Distribution quasi fertig machen für sich und oder auch für andere. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Entwickler von LIA Linux weniger darauf aus ist, das wirklich publik zu machen, in die Welt zu bringen, weil ihm das so wichtig ist, sondern hauptsächlich höchstwahrscheinlich auch nur für sich selber, so dass er immer ein eigenes Betriebssystem hat mit seinen Wunschprogrammen, mit seinem Wunschdesign, was er sich immer wieder nachinstallieren kann. Und dafür ist das natürlich richtig toll geeignet. Und mit den Tools von Eric Dubois lässt sich das Ganze dann noch sehr schnell erweitern und wirklich konfigurieren, bis der Arzt kommt. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Also, ich bin ja auch nicht nicht so ein Typ. Untertitelung des ZDF, 2020